Bitte? Wen aus? Nein, soll ich ausmachen? Nein, ich muss aber Wasser kochen erst. So, jetzt erstmal herzlich willkommen. Bitte? Ja, ich habe jetzt hier ein Kartoffelpüree zubereitet, Kaffee gekocht und wir haben für die Umzugshelfer heute Kuchen aufgetaut. Nicht gebacken. Wir haben viel zu tun heute hier im Haus. Smurphy ist auf Hochtouren, wie ihr hört. Kaffee läuft. Okay, Wasser. Wir können Strom wieder ausmachen. Ich habe genug Wasser für Kaffee. Das wäre mir zu blöd. Also, 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 Helfer sind auch da. Ich soll den Hund mitnehmen. Komm, Smurphy. Komm mal mit. Mir hilft auch nicht. Komm mal hier, Etti. Jetzt habe ich den einmal vergessen. Aber ich wollte euch eben was erzählen, was heute der Plan ist. Bernd, was machst du? Ich bin verfeucht. Und gehe weg. Spritze ihn nochmal an. Also, es war ein, wie heißen die? Maler? Maler Meister war hier. Maler Meister. Und er hat gesagt, mit Bril, also Spülmittel und Wasser abschrubben. Und das ist heute meine Aufgabe. Bernd machen weiter Tapeten. Und dann müssen wir sowas, die Lampen alle abmachen und die ganzen Steckdosen machen. Und dann kommt nächste Woche, kommen die Malermenschen hier rein und machen hier alles, fangen die an, hier zu arbeiten. Ich suche meinen Eimer. Ja, jetzt erzähle ich euch eben zu Ende. Also, es kommen so Malermenschen, die machen das dann hier alles. Die Decke streichen, tapezieren und alles drüber streichen. Und ja, wir machen jetzt so diese Vorarbeiten alles schon mal. Und was wollte ich noch sagen? Es wird schwierig zu filmen heute wieder. Weil es kommen gleich noch mehr Menschen. Und umso mehr Menschen da sind. Es redet immer einer im Hintergrund. Es läuft immer einer durch die Kamera. Also, ich gebe mein Möglichstes, euch mitzunehmen. Welche Kästen hast du mitgebracht? Ja. Ach so. Ja. Also, Bernd macht jetzt gerade die ganzen, wie heißen sie? Steckdosen? Steckdosen. Schalter alle. Genau. Und hier die. Ich hab so, ich finde die Wörter nicht. Wie heißt das? Gardinenstangen und so. Lampen sind da schon. Achtung. Da ist Wasser drin. Ja. Gehirninsuffizienz. Gehirninsuffizienz. Ja, das wohl schon eher. Ja. Smurphy, das ist ja... Hör auf! Lass doch mal meine Putzlappen. Ja. Und hier, das klappt ganz gut mit dem Geländer. Schaut mal, wie schön das wieder wird. Also, es ist jetzt nicht wie neu, ne? Aber schon mal besser als hier. Aber ich merke gerade, das klebt immer noch, Bernd. Obwohl ich das schon so... Das klebt immer noch. Ja. Dann müssen wir es doch mal mit Isopropanol versuchen. Ja. Ja. Das ist natürlich doof. Aber egal, nutzt ja nichts. Und drittweifst. Ja. Das weiß ich auch noch, oder? Ich brauche eh nicht mehr. Aber jetzt sind Bart und wo man nicht träumeln. Ist die Latvien? Mhm. So, ich war raus mit ihm. Und dreifst du mir das Kabel weg raus. Ja. Ich fess dich immer ab. Warum muss ich noch bringen? Ich nicht. Er hilft dir nur, sagt er. Lass mich nur machen, Herrchen. Ja. Der ist auch zu was gut. Ja. Nur nicht, wenn er die Tablete hier abreißt. Schau mal auf damit. Geh aus. Komm raus. Ja. Komm, wir gehen. Kannst du mir das Spülmittel mit aus dem Bad bringen, bitte? Dann mache ich hier das Geländer mit. Ja, 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 danke schön. Und jetzt runter, Bernd? Ja. Ja, ich weiß. Das ist echt eklig. Ich weiß nicht. Bleibt halt nie raus, drüber die Karte. Ja, ja, klar. Wo ist das denn? Im HWR. Der wollte da die Rohr-Kupfer-Rohr-Schaumstoffe geholt, dass das so abgedichtet ist oder so. So. Ach, Smurfy. Ah, ah. Achtung, der Smurfy kommt, der hat Klebeband geklaut. So. Ich habe jetzt den Schwamm abgegeben, womit ich das Geländer gemacht habe. Wir haben nämlich nur einen Schwamm hier beim Renovieren. Den anderen habe ich weggeschmissen, womit ich die Bäder geputzt habe. Muss ich mal noch ein paar neue holen. Und ich mache jetzt hier so lange... Hier ist so eine... Ich weiß nicht, ist das eine Dämon-Schaumstoffe oder so? Und die ist so hässlich vergelbt. Das ist so ein Silikon. Oh, sorry. Und die machen wir überall neu, auch an der Fensterbänke und so. Und ich kratze die jetzt gerade hier raus schon mal. Der ist jetzt ganz artig. Ja, kann ich die Leifel nehmen, ne? Ja, besser. Sind die Nägel raus? Bei einem anderen Laminat. Der Smurfy kann die nämlich zerkleinern und gebrauchen. Kannst du damit noch ein Laminat gebrauchen? Kannst du nicht? Nee, ich bin nur auf der Fensterbänke. Ach so, ja. Wir haben uns ja dazu entschlossen, dass wir das Laminat oben lassen, auch wenn ich es total hässlich finde. Aber es ist ja erstmal nur zum Schlafen, also es ist immer nur zum Schlafen. Und wechseln können wir es immer noch, aber die Fußleisten machen wir neu. Ja, möchtest du lieber schneiden? Hast du Lust? Wie schneiden? Kein Schneiden. Mit dem Schlafenmesser. Nur wenn du möchtest, dann kannst du das nachher. Ich mache gerade die Fugen, nachher kann ich das gerne machen. Ach so, schlafen. Läuft der nicht weg, oder? Kannst du den Mundschutz aber aufnehmen, wegen dem Staub, dass der hochkommt? Ja gut, dann mache ich das gar nicht. Mit Mundschutz arbeite ich nicht. Das Mölfik haut jetzt ein Knochen. Und ich habe jetzt hier die Fugen alle schon mal raus gemacht. Die eine. Und dann hier an der Terrassentür. Ah, das war eine eklige Arbeit, sag ich euch. Das hat so aufgehalten. So eine Krusselarbeit. Da sind immer noch kleine Stückchen. Da muss ich immer wieder nochmal dran. So, die anderen sind oben in dem Badezimmer. Da habe ich euch in der Haustour gezeigt, dass so Seile als Abschlussleiste da oben sind, was so richtig eklig aussah. Und wir haben da gestern im Baumarkt so vernünftige Abschlussleisten geholt. Oh, jetzt ist der Calvino weggegangen. Und die machen die gerade dran. Also es dauert echt lange. Die machen das richtig ordentlich. Und es ist sehr zeitaufwendig. Calvino rennt in seinem Zimmer rum. So, ich gehe jetzt mit euch nach oben und zeige euch, was heute passiert ist. Also, Licht habe ich jetzt nicht mehr. Wir haben den Strom schon ausgemacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, dass hier überall so ein Seil war, was so richtig eklig aussah als Abschlussleiste. Das waren jetzt die einzigen Abschlussleisten, die wir im Baumarkt gefunden haben. Deswegen haben wir die genommen. Es ist besser als dieses komische Seil, was wir da vorher dran hatten. Und in meiner Haustour habe ich euch gesagt, dass das hier ein Büro wird. Dieser Raum. Und dann habt ihr euch gewundert, warum wir denn kein Babyzimmer haben. Und erstens ist es deswegen, weil Calvino, also der hat sich dieses riesige Zimmer ausgesucht. Und das kann er auch gerne haben. Denn der Plan ist ja, dass der Dachboden ausgebaut wird nächstes Jahr und Calvino dann nach oben geht. Dann könnten wir Calvinos Riesenzimmer teilen sogar, wenn wir möchten. Weil wir ja unsere Kinderplanung noch nicht abgeschlossen haben. Mal schauen, was noch passiert. Seht ihr, das ist ein Riesenraum hier. Den kann man teilen. Das waren früher auch mal zwei Räume. Und hier könnten wir zwei Kinderzimmer machen. Dann hätten wir Calvino auf dem Dach. Es sind drei Kinderzimmer. Und ein Büro hatten wir hier angedacht, wo ich gerade schon mal mit euch war. So, und dann habt ihr euch gewundert, warum kein Babyzimmer? Weil das Baby wird erstmal bei uns mit im Schlafzimmer schlafen. Und bis nächstes Jahr auf jeden Fall. Da haben wir aber noch Platz. Das wird erstmal im Beistellbett kommen bei uns. Weil wenn ich dann nachts stille hier, dann liegen wir hier so quasi unter dem Bett. Aber das fällt mir jetzt erst auf. Wenn wir hier im Bett liegen, können wir den Stern nehmen. Wenn wir ihn oben haben, sind da zu viele Bäume. Nein, schaut mal. Wow. Das fällt mir jetzt erst auf. Das ist ja cool. Da freue ich mich drauf, hier zu schlafen. Super. Ja, so ist der Plan. Also haben wir eigentlich, das Büro können ein Kinderzimmer sein. Das große Zimmer, zwei Kinderzimmer. Und der Dachboden haben wir vier Kinderzimmer. Also könnten wir noch drei Kinder ohne Probleme hier unterbringen. Jeder hätte ein eigenes Zimmer. Gar keine Probleme. Ja, ich habe dann hier ein bisschen heute das Geländer gemacht. Da bin ich dann nicht weitergekommen, weil ich nicht genug... Geld. Geld hasse. Ja. Nicht genug Schwämme hatte. Da geht es noch weiter. Ja, und dann habe ich ja die Fugen gemacht und auch nicht fertig geworden. Und dann habe ich erfahren, dass wenn die Fugen... Okay. Ich weiß nicht, ob ich es rausstehe. Ich habe euch eine Erzählung. Bernd sitzt auf dem Gästeklo. Das musste ich glaube ich rausschneiden. Deswegen erzähle ich euch das nochmal. So im Hintergrund. So Hallo. Ja. Ja. Ähm. Ja. Ja, wo war ich jetzt Bernd? In der Wohnung unten. In der Wohnung unten. Ja. Und Bernd hat gesagt, eigentlich bräuchte er nicht unbedingt ein Büro hier zu Hause. Wenn ich mal wieder Zeit im Büro hätte. Genau. Also, mal schauen. Auf jeden Fall, keine Sorge, wir haben genug Platz für ein Baby. Ja. So. Wir machen jetzt Feierabend. Und ich beende jetzt das Video und wir sehen uns. Und man hat nur schief gesehen. Und schief gesehen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.